Hallo unser Leute, zu einem Ich-Spiel-Mal-Eine-Runde-Alleine-Rocket-League-Video und das mal im 1 gegen 1, weil ich sonst nicht alleine bitte, dafür kann ich sonst nicht. Ich weiß nicht, ob die Differenz zur letzten Grafieingestellung ist, ich hab mal über dem Programm alle meine Grafiken von allen Spielen regeln lassen und da hat es ein bisschen was runtergeregelt gehabt, ich denke aber, es sieht alles wieder so aus wie früher und wir versuchen natürlich den ersten Ball zu kriegen und ich glaube, ich dachte, ich wäre nicht losgefahren Okay, ich, äh, fahr den mal hier Oh nein, oh nein So, Freundchen, so läuft das mal nicht So, erstmal weg Lass man den mal dahinter fahrt Ich hab keinen Boost Oh, trotzdem ist er drin Yeah Nice Reingequält, dieses Tor Okay, ist er aber schuld, wenn er da so dran vorbeifährt Gut Ähm Ja, Titi Okay, das wäre, also wenn solche Bälle direkt reingehen Wenn beide am Ball sind, ist es immer Okay, das war scheiße Na, so fest wollte ich ihn eigentlich gar nicht spielen Okay, holen wir erstmal Boost Alleine muss man ja doch ein bisschen defensiver stehen Oder sich halt sicher sein, dass der Ball Reingeht Okay Okay, das ist natürlich eine gute Chance Kommt vor das Tor, kommt vor das Tor, kommt vor das Tor Und Sehr schön Ach, 1 gegen 1 ist doch wirklich unhasch Also doch anders Ähm, mir gefällt es eigentlich sonst nicht ganz so Aber ich denke, ihr solltet auch mal was anderes sehen als immer 2 gegen 2 Und da versucht das wirklich saudirekt Ähm Und da ist das nächste Tor Sehr schön, 3-0 Ein bisschen übertrieben Weil eigentlich spiele ich nicht wirklich besser als er Und Mal schnell den Boost hier holen Und Allihopp Erstmal da vorne Okay Rückwärtsgang Bis zum Boost So Stopp, 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 stopp Ich muss rum Noch mal neu Neu aufbauen Hab ja ein bisschen Zeit Und ich bin ja jetzt nicht gerade so im Zugzwang Und den donnern wir auch mal raus Wirkt ja gerade kurz so, als hättest du kurz geleckt Na, was machst du? Okay Dann mach du mal So Äh, über mir Hinter mir Nö Gut Gut War nur bedingt knapp Erstmal weg Erstmal weg Und ein bisschen Boost holen Und Allihopp Und Allihopp Nein Er geht trotzdem rein Okay War natürlich geplant Ich hab ihn nur geblockt und irritiert Ja Und Ne War Doch Bescheiden Glück Ähm Tut dir gerade ein bisschen leid War da wirklich So scheiße Spielt er nicht Okay Jetzt hab ich natürlich Wow Okay Das war Ich hab mich damit gerechnet Dass er Den so vergibt Den ersten Ja okay Das ist dann Okay Er hat das 4-1 doch langsam verdient So viel wie er doch daneben ballert Äh Okay Sowas sollte ich nicht tun Wow Es hat funktioniert Als ob es funktioniert hat Uhuhuhu Uhuhuhu Bin ja mit Und er kommt davon hinten Ist war klar Gut Wow Das war Most Okay Guter Schuss Most Amazing Verteidigung Davor Die ich ever Gemacht hab Alter Schwede Gut dass ich aufnehme Pop Okay ich muss noch eins Und sonst irgendwie verteidigen Ich fühl mir zwei Tore Okay da war ich glaube ich noch dran Und Der Geht aufs Tor Und Oh Da war er noch dran Wow Das war nice Für ihn Für mich jetzt nicht Und er macht natürlich das nächste Tor Ah So unlucky Weil das sind 4-3 Ernsthaft Aber das war jetzt wirklich ein bisschen unlucky Der direkt so Kacke Immer in meine Richtung fliegt So Okay Ist mal geplant Oh Den hab ich auch Sehr nice Erstmal Oh 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 Okay Oh Der ist raus 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 Den boostet mich mit Da warte ich doch kurz ab Der bleibt hier vorne Erstmal zur Seite Nein Der geht vor das eigene Tor Nein 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 Ach Gott Geschenkt Ja Ihr müsstet mich jetzt gerade sehen Weil ich mich freue Geil Oh wow Ich möchte diese Runde jetzt nicht mit einer zweiten bescheidenen Runde zerstören Deswegen danke ich euch einfach jetzt an dieser Stelle fürs Zuschauen dieser Folge Und beim nächsten Mal dann denke ich wieder mit irgendwem zusammen Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, falls ihr Wünsche habt, mit wem ich zusammenspielen soll Ich habe ein paar Leute, die ich da fragen könnte Unter anderem Flora Blocki, Milöer, Tim, Alfred Ja Sagt einfach Bescheid und ich versuch's mal Einen Termin anzufragen Und so oder so Bis zum nächsten Mal Leute Ciao, ciao Cheerio